mit hallo und herzlich willkommen zu racing ich möchte euch darauf hinweisen so eine kurze information noch ich möchte euch dafür weisen dass nun jedes mit Video am Mittwoch erscheint mit dem Tipp auf Fortsetzung dem Typen hast du genau so du bist neu? Toll! Das letzte was ich brauche ist ein Anfänger der herum wird den Leuten fallen ich wollte dich so dass du fahren kannst die sehen grob aus dem auf den letzten Klasse kriegen ja also was ich jetzt sagen wollte ist dass die Videos nächste Woche erscheinen werden also ich werde jetzt erstmal eine Videopause machen so etwas anders das ist in der Nähe ganz oft wird mir sagts laufen in das Vielen Dank.